Ne, also so stellt sich das schon mal nicht her. Warte. Ein Vögelchen zwitschert mir gerade nochmal was. Sehr schön. Nachdem ihr das Rohmetall aufgetragen könnt ihr es wie jedes andere Metall auch in einem Ofen zu Barren schmelzen. Und so benötigt ihr neben dem Erz noch Schwefel und schwarzes Eis. Ah, okay, wir brauchen ein schwarzes Eis. Oh Gott, ich muss ein schwarzes Eis holen. Das Metall könnt ihr weiterverarbeiten zu Schwertern oder Werkzeugen. Oh ja. Das beste Zeug, was du hier bekommen kannst. Beste Zeug EU-West, Brudi. Ja, aber es gibt ein Metall, was heftiger ist, gell? Welches? 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 Warte, ich guck gerade. Obsidian. General Metall ist nach Obsidian das stärkste Metall. Ja, okay, gut, ja. Das macht Sinn. Aber das bekommen wir ja ernst. Aber das Heftigste ist Vibranium. Ach, ja. Ich geh nochmal gucken, dass ich noch Germil für dich finde. Du brauchst Schnaps. Oh, da ist ja schon Schnaps drin. Ne, ne, das ist nur Saft. Hochlandbeerenbrei. Achso, ja, okay. Wir brauchen Wasser. Hochlandbeerenbrei und Gärmitte, genau. Das ist eine Pflanze. Irgendwie konnte man doch in Conan auch so, wie so winken und sowas. Ja, ich glaube, wenn du irgendeine dieser herkömmlichen Tasten X, E oder so halten. Achso, im Kopf. Aber irgendwie passiert nichts. Furchtbar. Und hier frisst sich irgendwie alles gegenseitig. Ich muss hier ja nur durchrennen. Ich habe eine Handvoll Insekten. Ich weiß zwar noch nicht für was, aber ich habe eine Handvoll Insekten. Habst du Hunger? Aua. Oh, ich bin in der Nähe von unserer Basis wieder. Hey, cool. Unser Hauptbasis. Nee, nee. So entbitte ich jetzt auch nicht geraten. Deswegen war ich gerade ganz... So, what? Was macht der? Alter, hier fliegt einfach... Hier fliegen alle möglichen Gegner rum. Alter, die Spawnrate ist ein bisschen hart. Die ist übel. Gut, hier oben kommen eh immer sehr viele Gegner mit. Ja, aber... Also, was gerade vor unserer Hütte los war. Ja, das war schon... Party, Party. Disco, disco. Party, Party. Okay, ich gebe schon mal schwarzes Eis holen. Schwefel weiß ich nicht, wo wir das jetzt hierher bekommen. Ich glaube, hier gibt es keine Schwefelfelder. Das ist schon mal gut. Also, 500 Sternenmetall ist schon heiß. Ich hatte noch nie Sternenmetall gehabt hier. Können wir Werkzeuge herstellen. Und sowas. Seit wann ist der hier? Seit wann ist der hier oben? Okay, die haben die Karte ein bisschen umgestellt. Hä? Okay. Very strange. Irgendwie gab es hier immer einen Obelisken, aber der war weiter unten. Aber jetzt ist er weiter oben gelandet. Okay. Aber hier oben sind keine Gegner, zumindest. Aber schwarzes Eis ist auch echt super selten hier. Alter, da hinten sind noch welche. Was ist denn dann da vorne? Nichts. Okay. Was denn? Der Postillon ist einfach... Was hat er denn geschrieben? Der hat geschrieben, geschenkter Gaul an Zahnfleischentzündung gestorben. Lass mal wirken. Ja, ja. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Da ist echt vorbei, nicht? Ja, ja. Geschenk der Gaul an Zahnfleischentzündung gestorben. Treffen, da kann man das nie formulieren. Voll gut. Ich musste kurz nachdenken. So, hä, was? What he said? What he said? Was sagt er? What he said? Okay, ich mach jetzt schon mal viel mehr Schaden wieder. Oh, endlich. Ich will so ein richtiger Berserker werden, damit ich die Gegner hier endlich mal umhauen kann. Die Nerven lang. Was passiert da im Hintergrund? Entschuldigung. Entschuldigung, bitte. Was machen die so? Ich hab sie nicht verstanden. Hallo, Gärmittel. Ich suche dich. Alex sucht Gärmittel. Oder Sternmetall vielleicht sogar noch. Das wäre natürlich auch nur lustig, wenn ich jetzt nochmal was finden würde. Aber es sieht nicht danach aus. Okay, mal schauen, wie viel Schaden ich jetzt gegen Wölfe mache. Ich soll ja ein bisschen mehr machen. Ja, ich mach nicht viel mehr Schaden irgendwie. Keine Ahnung warum. Aber vielleicht ein bisschen doch, wenn man das, wenn sich das summiert, tut man den Viehchen doch nochmal mehr weh. Okay. Ich komm mal wieder runter. Komm mal runter, Bruder. Komm mal runter. Ja, hier ist nichts. Es ist irgendwie so komisch, dass man hier nichts an Gärmittel findet. Es ist so selten, dass es das nicht gibt. Oh. Beim letzten Mal habe ich recht viel gefunden. Vielleicht sollte ich so Riesen bekämpfen. Vielleicht geben die ja was ab. Wie viele sind es denn? Zwei Riesen. Okay, nein. Tschüss. Einen hätte ich mich vielleicht noch getraut. Aber zwei? Nee. Nee. Nie im Level. Ich hab Ärzte geholt. Alter, dass man hier kein Gärmittel findet, ich krieg langsam die Krise. Digi, das gibt's doch gar nicht. Oder findet man Gärmittel wo ganz anders? Nur in den Hochländern da quasi. Soll ich meinen Vögelchen fragen? Was zwitschert es dir denn? Du dummer Hirsch! Okay. Die Mitternachtsblume ist aber kein Gärmittel. Würde ich spontan sagen. Obwohl es fast leicht aussieht. Ich hab am letzten Mal hier nördlich so viel Gärmittel gefunden. Du kannst mir nicht sagen, dass ich hier nix finde. Ich geh nochmal da oben vorbei. Das ist doch ne Farce, Graal, Alter. Ich hab noch gesagt, dass ich hier vorbeigehe und ein ganzes Zeug sammle. Also... Du hast uns schließlich im hohen Norden in den Gegenden, wo der Schnee die Flächen noch nicht bedeckt. Ach klar. Alles klar. War noch ein bisschen südlicher von uns. Ja, wie sieht's denn aus? Rennst du noch ne Runde mit nach unten? Oder... Weil ich hab noch ein Haus im Sü... Noch ein bisschen weiter südlich. Kann ich machen. Okay. Da werde ich aber dann wahrscheinlich aussteigen, Ligi. Nein, nein. Bist du hier grad bei mir, damit ich dir hinterher kann, oder? Äh, ich komm grad nochmal rein. Alter! Was denn? Wie viel Fleisch hast du gefunden? Ein bisschen? Ein bisschen. Wenn wir das in echt machen, dann wär die Hütte jetzt voll. Ich frag... Ich hab... Ich hab doch nix gemacht. Boah, übel. Okay. Also, das ist noch nicht alles durch. Ja, ja, ja schon. Ich sag mal so... Es wird geil. Das ist so die Gegend, wo wir vorhin waren, weißt du, so ähm... Ähm... Bisschen weiter... Da, wo die Tannen waren, wo ich sag dir schon aus wie bei The Forest. Da muss... Okay. Da muss Germittel sein. Los geht's. Gehen wir den schnellsten Weg. Da müssen wir, weil... Nico friert. Ja, ja, deswegen. Ich, äh... Nimm mir nur nochmal schnell ein paar Punkte rein und los geht's. Ich renne jetzt auch einfach. Mir ist alles egal. Ja, ja. Sollte dir auch. Mir ist gerade auch alles egal. Ich will einfach nur zu der Hütte. Bist du hinter mir, Jan? Du sagst, du hast da eine, dann müssen wir da hin. Ja. Aua. Okay. Ich hab so ne kleine Hütte halt, ne? Oh, das ist ein behindertes Viecher, Alter. Müge. Richtig nervig. Können wir den nicht abstellen. Da vorne schwebt ein Reh. Tschüss. Hast du's auch gesehen? Nee, aber ich hatte... Ja, jetzt seh ich's. Ui, juhu. Das hatte ich schon letztes Mal, Alter. Wieso greifen einen Hirsche an? Was ist denn das? Das sind aggressive Hirsche. Ja, ich merk schon. Sie haben dich lieb, Nico. Alter, was hier los ist? Oh mein Gott. Ja. Zuwärts im Oktoberfest. Überall nur geile Hirsche, oder was? Ja. Wo bist denn du? Da. Hinter dem, ich laufe, ich seh dich noch. Wenn du zu weit weg bist, würde ich dich verlieren und sage Bescheid. Oh. Jetzt ist mir zumindest nicht mehr extrem kalt. Ah, sehr gut. Ah ja, mein Leben regeneriert. Okay, ich hau den jetzt dann gleich auf die Guschen. Das ist der dumme Wolf hier. Okay, wir haben großen Besuch. Ja, aber das schaffen sie nicht. Hi, De Vizka. Aber dafür steigen wir ein paar Level auf. Dann können wir das wieder gut verteilen. Oh. Ist jetzt Ruhe hier. Sehr gut. Meine Güte. Direkt Level aufgestiegen. Ich auch. Oh, ich hab noch einen H-Kopf. Sehr gut. Oh. Oh, das ist so furchtbar. Nervig. Wahnsinn. Ja, summel du mal alles ein. Haben wir ein bisschen Zeug. Auf geht's. So, da müssten wir nämlich... Hast du in dem... In der Hütte auch eine kleine Truhe? Ja. Weil ich hab jetzt auch ein paar Sachen dabei, die würde ich dir da einfach mal reinlegen. Ja, ja, ja. Ignorieren wir den einfach mal. Ja, ja. Wir haben eigentlich alles erledigt. Also wir haben ja jetzt auch Sternmetall. Das war schon hart. Also Gärmittel muss abgebaut werden wie Pflanzenfasern. Stand auch daran. Aber das wusstest du schon, denke ich, oder? Ähm, ja. Das weiß ich. Einfach händisch abpflücken quasi. Boah. Weg hier. Also, weil ich hatte ja schon mal Gärmittel. Aber ich hab gedacht, ich hab das immer ganz oben im Norden gefunden. Dann war es anscheinend immer diese Mitternachtsblume, die ich gefunden hab. Ja, die haben gesagt, zwischen... Äh, hallo? Ja. Ah, hier. Ist das... Ne, Mitternachtsblume. Alles klar. Ist nicht das. Äh, zwischen was sagtest du? Ja, ja. Also da, wo wir sind, in der Gegend müsstest es es geben. Ich nehm meine Sensor. Kurz bevor... Kurz bevor... ...the snow... ...the snow kommt. ...is fallen down in the streets. Down! Get down! Okay. Dann laufen wir irgendwo mal weiter. Also, wie gesagt, ähm, die Hütte ist direkt an der harten Grenze, also... Okay. Okay. Ja, ist doch gut so. Wenn's reicht ja, wenn's ne kleine Hütte ist. Ja, oh. Was denn? Jetzt weiß ich bloß nicht, was du in der Hütte... Ah, shit. Ein Bett. Oh, ja. Aber ich hab ja alles, glaub ich, für ein Bett. Okay. Also, müsste eigentlich sein. Wenn nicht, holzen wir noch irgendwas kleines ab. Aber hier ist gleich viel ruhiger als da oben im Norden, ey. Ja, übel. Ah, Zwerg. Jetzt schon wieder diese Mitternachtsblume. Lupinen. Warte mal. Ja, wir laufen richtig. Wir müssen einfach nur jetzt hier fast geradeaus. Ich sammle einfach mal wie blöd, aber... Ah, da vorne ist Germittel. Ich glaub, das ist es. Mhm. Das, ja. Oh, ja. Wie zu Hause. Ich hab dann schon mal meine... Skies bereit. Oh, ja. Germittel... Ja, gut. Aber wir können jetzt eh kein Schnäppkes machen. Aber wir können's dann immerhin herstellen, daheim. Ja. Im großen... Hier ist noch eins. Äh. Kannst du abpflücken mit der Hand auch mal. Ruhig. Ich hab hier noch super viele. Ah, jetzt könnten wir eigentlich komplett runtergehen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten du hast. Dauert so circa 5 bis 10 Minuten. Also wieder zurück zu unserer Hauptbasis. Achso, ja, ja. Können wir machen. Okay. Weil jetzt hab ich auch... Dann lege ich mich da ins Bett. Ja. Weil jetzt haben wir alles, alles. Ja. Passt. Können wir machen. Kein... Kein Ding. Sehr gut. Dat geht noch. Dat geht noch. Dat geht noch. Sehr gut. Weil dann... Achso. Gut. Aber das ist ja auf dem Weg, dass wir da nochmal kurz, ähm, ein, zwei, brocken, äh, Schwefel mitnehmen. Aber das ist ja auf dem Weg direkt. Da, wo wir fanden waren. Ich nehm genug Gärmittel nur mit, damit wir nicht irgendwie mal heulen und dann, äh, es gibt kein Gärmittel mehr. So wie ich vorhin. Jetzt wissen wir ja, wo es ist. Eben. Weil jetzt ist ja... Hier war jetzt ja echt viel schon, oder? Ja, super viel. Ich habe, glaub ich, so um die 600, 700 jetzt. Ja, ist doch gut. Dat ist doch fein. Hauptsache Alulol. Können wir mal ein richtig schönes Saufgelage machen. Oh, ja. Kann man nicht Honig-Med herstellen? Ja, kann man. Wo ist er? Ah, da ist er. Ja. Bei Honig haben wir... Was ist das für eine Hütte? Ähm, das sind so Gräber. Geh da nicht hin, geh da nicht hin. Oh, oh. Die greifen man. Ja. Okay. Ja, gut. Die können wir jetzt auch töten. Das geht auch. So stark sind die nicht. Achso, okay. Aber ich hätte mir den Kampf gerne gespart jetzt. Aua, aua. Hallo, greif an. Boah, aber die schaut irgendwie cool aus. Ja, ne? Die kannst du danach... Kannst du denen, äh... Die ganzen Sachen aus der Tasche nehmen. Boah, ich kriege richtig aufs Maul von dem. Ja, ne? Meiner ist hier tot. Ah, jetzt sagst du. Ich hab denen jetzt gerade mal alles aus der Tasche genommen. Ja, ja. Du kannst mehr tragen. Ja. Lass uns hier rüber. Ah, ne. Da vorne sind ja noch welche von den blöd Männern. Ich glaube, die sehen uns. Nee. Doch. Mist. Na, ne, wobei. Renne einfach. Egal. Ja, lauf. Ähm. Kommst du hier hoch? Ich versuch's gerade. Ähm. Ich kletter gerade. Ja. Ich schaffe es. Keine Ausdauer. Oh. Ja, ich auch. Sehr gut. Boah, wir müssen jetzt noch... Nicht nur in den Süden, wir müssen jetzt noch in den Osten komplett. In den Ästen. Ich verlaufe mich hier immer aufs Neue. Oh, ich muss jetzt trinken. Trinkt. Trink, Brudi, trink. Ich habe auch Verderbnis an mir kleben. Ja. Aber das ist nicht viel zum Glück. Nee. Es sei denn, du willst einen Trank. Nee, nee, ist nicht so viel. Es ist ein Zehntel. Weniger wahrscheinlich sogar. Ja, gut, okay. Ich finde den Blitz hier ganz geil. Allgemein finde ich die Stimmung gerade geil, wie wir hier so wandern, der Regen und so. Ja, ne? Voll gut. Oh, was ist das hier? Oh, das sieht doch geil aus. Ach, so viel schon wieder. Oh, ne. Äh, lass uns weiter ziehen. Es sieht zwar geil aus. Der Schwerte, wo bist du? Ich, äh, hier runter. Hier runter, da runter. Ja, ja, da bin ich schon. Ah! Aua. Da, wo der Fluss ist. Und dann rechts vom Fluss lang. Oh Gott. Ich bin fast tot. Dead. Siehst du mich noch? Nee. Ja, ich gönn mir mal auch eins. Ja, gönn dir, gönn dir. Gönn dir, brüdi. Gönn dir, brüdi. Bro. Okay. Und jetzt. Flussende. Die Flussende. Untertitelung des ZDF, 2020